Bist du heute ein Mountie? Jo. Ich hab Bock auf ein Bounty. Tut mir leid, wie gesagt, ich hatte heute einen guten Tag. Freut mich. Oh, ach, ich hoste. Oh shit, das war richtig. Ja. Entschuldigung. Ich warste schon die ganze Zeit. Ey, aber ich hab... Ah, ich mein A, okay. Sorry, das war 100% meiner, tut mir leid. Sag doch was. Ja, ich dachte, du bist halt dran. Wenn du Nilpferd sagst, hör ich auf. Aber nur, wenn sie wirklich ernsthaft spiefert. Was soll ich Nilpferd sagen? Wenn du sagst, dass das Code wird dafür, dass sie wirklich hart auf den Sack geht. Okay. Ja, ich fürchte, da kommt noch mehr, dumme Sprüche. Okay. Hier kommt diesmal nicht der Zug. Oh Gott. Alter. Alles okay, ich lebe. Alter, hast du diesen Sprung gesehen? Du bist völlig gegen die Treppe gegengeklatscht, oder? Ja. Also zwischen die Treppe und den Boden. Backflip. Headbutt, stair. Stairbutt. Backstairbutt. Backstairbutt, Junge. Ich habe deinen Kopf. Ich habe deinen Kopf. Das war gut. Das war mein Geheimnis. Ich habe jahrelang im Atomkraftwerk gearbeitet. Dauer die Raube wieder. Du hast jahrelang im Atomkraftwerk gearbeitet. Ja, deswegen sind die Haare lila. Im Atomkraftwerk. Im Atomkraftwerk. Alter. Was soll das denn? Du hast mich weggeschmissen und dich direkt hinterher. Ja, ich glaube, du wirst mir ein Punchen geben und dadurch bin ich dahergekriegt. Das schreit nach einer Slowmo. 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 Sir. Lassen Sie meinen Arm los. Lassen Sie meinen Arm los. Nein, 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 nein. Ich habe deine Müllste. Ich habe Scheiß. Och Mann. Oh. Alter, wie ich mich in der Luft gedreht habe. Oh, ich hatte dich so gut. Und ich dachte, du hättest dich an meinem Hut fest, und deswegen ist das... Oh, Mann. Ich hab mich an deinem Hut festgehalten, aber ich hab da noch mit meinem rechten Arm nach dem Horsprung gegriffen. Ja, du hast mich noch ein bisschen weiter gesteckt. Ja, du hast dich noch gut festgehalten, ich hab verkackt. Verdammt, ich wollte den Balken holen. Man kann hier halt nicht so gut nach unten greifen. Nein, 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 ich hab verpiss dich. Ja, nein. Doch. Ja. Wie geht denn meine Kamera hin? Ich hab mich gerade versucht, an dir festzuhalten. Das hab ich auch einmal versucht, dann hatte ich Angst, dass ich mich an dem Holz festhalte. Und hab's ganz schnell sein gelassen. Das hab ich gar nicht gedacht. Vorausschauend und so. Alter! Wir flygen Headbutt. Das Typ sieht echt ganz schön behindert. Alter, ich hab den Hut erstmal richtig hart weggetreten. Was soll das? Äh, Wasserfertigung. Aua. Mein RB hängt! Okay, nice. Ich hab mich an deinem Gesicht fest. Also wir haben jetzt eine sehr unhandliche Situation. Unhandlich beschreibt es sehr gut. Ja, das ist okay für mich. Komm! Nein! Ich bin an der Seite runtergefallen. Da ist eine Lücke zwischen Wand und Treppe. Belastend. Ihr hagelt saftige Headbutts. Und Mützen. Oh, Mann. Scheiße. Headbutt ist einfach zu prädestiniert für Draw. Ich mag, wie mein Hut da oben liegt. Stimmt. Das wirkt sehr... Ja. Ich wusste nicht mehr, wo ich hin sollte. Hättest alles sagen können. Hättest humoristisch sagen können. Es hätt gepasst. Was hätt ich sagen können? Humoristisch. Lustig. Ja. Das muss ja nur irgendwie schlau klingen. Achso. Ja. Und halt im fährtesten Sinn ergeben. Entschuldigung. Alter, du hast mich jetzt dreimal hintereinander ausgenommen. Es reicht. Hey, 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 hey. Was ist denn? Nein! Ja? Nein. Oh, Mann. Es ist noch aufwärmt. Was? Es ist noch aufwärmt. Alter, der hat gesessen. Ich hab deine Mütze. Gut. Mütze. Ich hab den Neo gemacht. Das war übel der Matrix-Move. Hallo. Hallo! Hält dich nicht an mir fest. Ich sag's noch. Ich hab dich doch ausgenockt. Ich hab dir ein Headbutt gegeben. Ja, ich hab dir gesagt, hält dich nicht an mir fest. Ich mag aber nicht, dass ich da runterfalle, weil ich nicht glaube, dass ich da hochgekommen wäre. Ja, das war ja der Plan. Nee, ist kein guter Plan. Wie kann man sich auf den Boden legen? Hä? Es gibt irgendeine Taste, damit legst du dich auf den Boden. Also, es stellt sich quasi tot. Ich habe sie gefunden. Welches ist denn? B gedrückt halten. Ah, ja. Ah, X geht auch. Dann fällst du nach hinten. Oh, scheiße. Scheiße. Der hat sich nicht schnell genug hingelegt. Ich war so richtig so, spring hinlegen, spring hinlegen. X, spring. Der hat gar nichts gemacht, der stirbt einfach. Ja, er hat nicht schnell genug reagiert und muss länger X gedrückt halten, damit er das macht. Es war aber von der Zeit her überhaupt nicht mehr möglich, weil es schon gefallen ist. Äh, gefallen. Weil das schild so schnell kam. Hallo? Ist denn deine Mission? Ich war mal WWE Fighter. Aua. Junge. Das war ein Headbutt. Mein Bug hat, glaube ich, mehr wehgetan als mir. Mitkomm. Das erinnert mich sehr an König der Löwen. Ich fühle mich wie Mufasa. Wie geht die Szene nochmal? Ich kann sie da nicht mehr rekonstruieren. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Er ist doch da, wo er... Ja, wo er den Vater tötet. Aber ich weiß nicht mehr, was er sagt. Er sagt irgendwas. Ach so. Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, was der Vater von Simba sagt. Er sagt nämlich... Mufasa. Ich weiß nicht, aber ich hatte irgendwie im Kopf auch du, Brutus, mein Bruder. Nein. Nein. Das ist nicht ganz richtig. Aber ich hatte halt Mufasa im Kopf. Also auch du, Mufasa, mein Bruder. Was machst du da für Climb-Tricks, Junge? Ich klettere jetzt aus Prinzip hier hoch. Okay. Aus Prinzip. Klettere ich hier hoch. Ja okay, dann werf ich dich wieder aus Prinzip runter. Jetzt werde ich gegen Beast Eastward. Ich glaube nicht. Bitte, ich möchte mir das angucken. Boah, Junge. Okay, gut. Da komme ich nicht mehr hoch. Das hast du da rumgewonnen. Stopp, die Scheiße. Das ist kaputt. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Was ist denn, Junge? Bitte nicht fragen. Ich glaube, ich will diese Stange holen. Aber es hat nicht funktioniert. Wie sich meine Wirbelsäule gerade gebogen hat einfach. Nee, mach mal nicht so. Oh. Aua. Ich dachte, ich habe dich ausgemacht. Alter, der hat gescheppert. Richtig zog. Oh. Kurz an der Kante festhalten. Das sind die geheimen Tricks hier. Ich finde den Schatten im Hintergrund ganz nice. Das sieht lustig aus, wenn er echt sau verpixelt ist. Okay. Ich habe den Schatten im Hintergrund. Ich habe den Schatten im Hintergrund. Komm runter mit dir jetzt. Nein. Da habe ich dich im falschen Moment ausgenockt. Oh Mann. Was? Das war sehr laut. Ich muss auch kurz sagen, ich saß hier gerade mit der Bäcker-Faust zu. Grüße gehen raus an meine Nachbarn oben und über und unter mir. Facken sich wahrscheinlich, freut mich. Hallo. Das war der kürzeste Kampf auf dem Dach, den wir, glaube ich, jemals hatten. Ja, die sind immer viel zu lange hier oben. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Kampf wie eben auch schon scheiße lang gedauert hat, aber das hatte schon Rooftop-Ausmaße. Das war richtig auf die Ecke draufgeknallt. Das kann ja nicht sein, Junge. Ich habe dich vergessen. Komm mal mit. Da? Ich fühle es. Boah, Junge. Ich habe das gesehen, wie ich ausgeholt habe. Aua. Ein Duden ist neben dem Begriff Schwung ein Bild davon, leider. Alter! Dieses Manöver, Junge. In der Luft! Das habe ich in Kanada gelernt. Machen die Älschte das da auch? Nee, aber die rennt jese. Alter, okay. Das habe ich von den Älschten. Kurzer Prozess.